Worüber möchten Sie gerne sprechen? Über meine Patientin. Hi. Ich weiß, Sie sind nervös. Ich will mich nur unterhalten. Ich sehe etwas, das außer mir niemand sehen kann. Es lächelt mich immer an. Nein! Oh mein Gott! Nein! Gestern starb eine Patientin in ihrer Sitzung auf brutale Weise vor ihren Augen. Ich muss unbedingt herausfinden, was passiert ist. Es lächelt mich immer an. Es lächelt mich immer an. Ich habe 20 Fälle mit 19 Opfern gefunden, zwischen denen es eine direkte Verbindung gibt. Du sagst nur 19? Warum sind alle, die es gesehen haben, tot und sie noch am Leben? Ich habe es auch gesehen. Sie? Schaffen Sie sie weg von mir! Wie viel Zeit bleibt Ihnen, bevor Sie sterben? Keiner hat länger als eine Woche überlebt. Mach! Heute ist Tag vier. Ich renne nicht mehr davon. Ich werde mich der Sache stellen. Wie fühlst du dich dabei? Ich habe wahnsinnige Angst, dass etwas Schlimmes passieren wird. Rose. Danke, danke, danke.